Auch kleine Dinge können uns entzündern, auch kleine Dinge können teuer sein. Bedenkt, wie gern wir uns mit Perlen schmücken, sie werden mehr bezahnt und sind nur klein. Bedenkt, wie klein ist die Olivenfrucht und wird um ihre Käthe doch besucht. Denkt an die Rose, wie klein sie ist, und das geht doch so lieblich, wie ihr wisst. Musik 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 Musik